Ich guck mal kurz in die Packs rein, was so abgeht. Ja, ich bin ja wie oft mit seiner Bringewitsch. Ist gut, aber ich bin jetzt bestimmt in fünf Minuten... Ach, sei doch nicht so negativ, nur weil der heiß ist. Viermal bestimmt gepackt. Ne, weil du überhitzt bist, weil das System sagt Overheating. Ne, ne, ich frag mich nur, wie oft du das halt bringen willst. Ist gut, kann man immer wieder bringen. Und jetzt haben jetzt so keiner gelacht. Doch, es ist ein Witz, den kannst du immer bringen. Das ist ja nicht so mit dir. Kann man immer wieder bringen, den Witz jetzt. Wenn die Leute lachen würden, würde ich sagen, komm, lass uns einen Witz hier machen, das ist schon lustig. Aber ich will dich einfach schützen. Weißt du, ich muss ehrlich sagen, guck mal rein, was du so zu bide hattest. Ach du Scheiße, das wär das gar nicht gewünscht.